Ist egal, ist egal. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich darf jetzt bloß nicht mehr runterfallen. Scheiß. Nein! Ich bin gesprungen, Mann. Ich bin gesprungen. Ich bin verdammt nochmal gesprungen. Ja, was soll ich jetzt noch machen, Leute? Soll ich euch das Ganze nochmal zeigen, wie wir da nochmal hinlaufen? Soll ich euch das nochmal zeigen? Habt ihr da Lust drauf? Seid ihr da auch richtig bereit für? Hey! Hey, meine lieben Freunde und Kinderchens. Was geht? Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist es geworden Paper Mario 3D Land. Feuer, 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 Feuer. Totz. Ja, totz. Aua, aua, aua. Ne. Seht ihr? Schon wieder. Schon wieder. Ach, komm, Mann. Es regt auf, Mann. Es ist nicht mal eine meiner eigenen Schuld. Es regt einfach nur auf. Es ist unnötig. Es ist so unnötig. Meine Fresse. Weißt du, wenn er zum Wurf ausholt, was kann ich denn dafür, wenn ich da noch auf ihm bin? Dafür kann ich doch gar nichts, Mann. Wenn er da seinen scheiß Boomerang auswirft. Das ist nicht meine Schuld. Meine Güte, Mann. Echt schlecht, Mann. Ich meine, es macht zwar Spaß, nur diese Gegner, die geben einem diesen Abfuck. Die fucken echt ab, Mann. Ist doch nicht normal. Okay, was ist das hier? Ist das ein Schutz, oder? Was ist das überhaupt, Mann? Hä? 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 Was? Was? Warum? Warum bin ich jetzt gestorben? Warum? Kann man das mal einer sagen? Ist das so ein Item, was einen umbringt, oder was ist das? Okay, da ist ein grüner Stern. Inholen wir uns doch. Boah, das war aber knapp. Was? Nein! What the fuck, Alter. Ernsthaft? Ähm, okay. Alles klar. Merken wir uns. Die Plattform, die... Ach, komm, bitte. Seht ihr? Kaum laufe ich da rein, so ein kleines bisschen. Direkt schon Schaden gefressen. Bam, weißt du? Ach, der ist doch behindert. Wow, wow, wow. Blümchen. Ich bin eine Biene. Hm, du wirst gefickt. Nein! Ach, komm! Scheiß Dreck. Das wollte ich nicht. Scheiß Dreck, Mann. Ich habe doch die Sprungtaste gehalten, Mann. Hol diesen scheiß grünen Stern. Und raus mit dir. Weißt du was? Komm, komm doch, komm doch her. Komm doch. Ach, du kannst nicht mal reinkommen. Wie dumm bist du denn? Was kannst du eigentlich? Du kannst dich unsichtbar machen, aber kannst nicht durch Gitterstäbe hindurchgehen. Was bist du denn für ein dummer Idiot? Was soll... Habt ihr... Was? Warum? Ach komm, warum denn? Warum? Was habe ich denn... Was habe ich denn bitte schön gemacht? Hä? Was habe ich gemacht? Was? Was war denn jetzt bitte? Was war denn jetzt bitte? Ja, genau. Schaden. Genau. Ich habe Schaden gefressen. Alles klar. Von was denn? Von nichts, ne? Ey, das ist doch scheiße. Ich verstehe das nicht, Mann. Ich spring da nicht mal rein und werde schon vom Schaden geträumt. Ach, komm, ey. Komm, spring ich da rein, bekomme ich schon Schaden. Das ist doch unverständlich, Mann. Das ist unverständlich. Da, schon wieder Schaden. Für gar nichts. Ja? Ist das behindert? Okay, eine... Feuer. Feu, Feu. Partar, Feu, Feu. Sponschka, Feu, Feu. Es ist scheiße. Die Steuerung da ist echt scheiße. Ich kann da nichts für, Mann. Das ist einfach nur behindert. Du fliegst da so um die Ecke. Du machst da so eine Kurve. Das ist richtig scheiße, Mann. Und dann der Scheiß, dann nochmal hinzulaufen, Mann. Das regt gerade auch auf. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm, Mann. Das regt auf. Ach, fick dich doch, Mann. Ach, komm, Mann.